Wenn Gerd Harz und Margot Frank über ihre Wiesen und Felder streifen, spürt man regelrecht die Freude und Leidenschaft, mit der die Landwirte ans tägliche Werk gehen. Vielfältig und innovativ ist ihr Unternehmen. Neben Gemüse, Getreide, Streuobst setzen sie auf Saatgut. Sie waren die ersten sächsischen Produzenten für zertifiziertes gebietsheimisches Wildpflanzensaatgut. Vor sechs Jahren haben sie angefangen. Als ich anfing, da habe ich gedacht, du bist Landwirt und du hast recht viel, was du einsetzen kannst. Und ich musste eigentlich lernen, dass von meiner herkömmlichen Technik bis auf Traktoren fast nichts verwendbar war. Der Mähdrescher mit Abstrichen. Also es war ein völlig neuer Sektor. Es war Pionierarbeit. Heute spricht Gerd Harz schmunzelnd von seiner Kleinstadterei auf dem Acker. In Handarbeit und mit großem erntetechnischem Aufwand wachsen 60 Kulturen auf ca. 50 Hektar Fläche. Eine bunte Mischung, die sich spätestens 2020, wenn das Bundesnaturschutzgesetz greift, gelohnt haben soll. Dann ist ausschließlich gebietsheimisches Saatgut in der freien Natur anzuwenden. Es ist höchste Zeit, dass sich dieser Zweig entwickelt, damit 2020 als Ziel auch wirklich umgesetzt werden kann. Der Vorzeigebetrieb von Gerd Harz und Margot Frank hat also ganze Arbeit geleistet und bereits heute einen wichtigen Beitrag für die genetische Vielfalt im ländlichen Raum erbracht.